Hier spricht wieder Ostra und ihr seid zurück bei einer weiteren Folge Broken Age und wir sind hier mit unserem kleinen Astronauten Shai. Äh, glaub ich heißt der? Ja, ich denke schon. Und ähm, der wird hier von seinen Robotern irgendwie verhätschelt, so wie es aussah in der ersten Szene, die wir uns schon angucken konnten. Und ich nehme die Schoko-Raketen, weil das ist eh alles dasselbe. Natürlich, welche Unterschiede macht es? Oh, das ist auch ne süße Schuss. Oh, guck mal, der Löffel. Wie süß. Ach, ich schütte alles daneben. Okay, hi, Löffel. Stay on alert. I think there might be food around. Always, sir. Okay. Once more into the Milky Breach. It's happening. It's really happening. Now, sir, I don't just serve food. I also serve up nutrition facts and eating encourager. For instance, that last spoonful was exactly 7.1 calories. Did you? Uh-oh. Okay, Alarm. Irgendwas ist hier dick faul. Mobily. We are currently tracking multiple developing crises that need urgent attention. First of all, a massive avalanche has been reported on the planet Kalarptica. Second, there's a runaway train in System 7 that's headed for Spike Canyon. We've also received a mayday signal from the vessel Friendship Circle. They're under attack. And, uh-oh, this just came in. My sensors are reporting an entity of unknown origin has attached itself to the hull of this fairy ship. What are your orders, sweet up, Captain? Warum? Wir müssen das mal eben kurz auffädeln und wir lassen mal die Szenerie. Warum ist alles ein Kinderspielplatz hier? Kleine Supersternchen, die leuchten. Hinten haben wir Teddybärenhebel. Wir haben ein Mobilee. Äh. What the fuck? Die Sonne denkt, die ist meine Mutter? Äh. Ähm. Wir müssen halten den führerlosen Zug auf. Ich sollte mein Raumschiff... ...mein Raumanzug anziehen und diesen Fremdkörper untersuchen. Better suit up and investigate that foreign body. Oh, I don't like you going out there. Let's use the safety suit. Ah, come on. Ich weiß nicht genau. Aber irgendwie scheint das sehr mysteriös zu sein. Ist das wirklich so? Oder ist das... Äh. Nur sozusagen gespielt, damit der... ...Beschäftigung hat. Weil der sieht immer so gelangweilt aus. Er hat einen Schal um. In seinem Raumanzug. For fucking real. Das scheint ihm aber Spaß zu machen. Das findet er dann wieder interessant. Oh, Magnetschuhe. Perfekt. Okay. Ich bin außerhalb des Schiffes. Das foreign body muss sehr nahe sein. Hier ist der Fremdkörper. Hi. Kann ich das mit dem Löffel vielleicht? Naja, erst mal untersuchen. Bleib auf alert. Ich denke, es könnte Essen sein. Always, Sir. Ich weiß nicht, ob das was zu essen ist. Ich kann da hochklettern. Okay. Ich habe das Objekt gefunden. Es scheint etwas organisches in der Natur zu sein. Es ist etwas, was mir sagt, dass ich... ...mein Gesicht direkt in das ist. Nö! Bitte was? Oh nein! Wirklich? Das ist nur gespielt. Nährpaste. Ekelhaft. Was machen wir hier gerade? Ich helfe den Lawinenopfern natürlich. Ich glaube, ihr läuft einiges schief. Warum verarschen die mich so? Hilf! Hilf! Hilf uns, hilf uns! Meine Töne sind wirklich schief. Das ist die massive Avalanche? Es ist besser, als es sieht. Wirklich? Wie? Es ist das... ...Eisere Avalanche! Okay. Warum sind alle so fucking freundlich? Das ist nicht besser. Ich muss mich da durchlöffeln. Komm mal. Puppy, Puppy, Puppy. Oh, schau. Es ist ein anderer Grab-and-Garry-Robot. Okay, also ich hab'n Roboter, der Sachen aufheben kann. Ich hab' diesen Löffel. Ich werd' ihn wohl freischaufeln müssen. Und schau' dich selbst aus. Wir wissen nicht, wie es benutzt. Schau' uns, Crane, Hero! Nichts worry, ich hab' dich herausgefunden, wie ich dich rauskriege. Wir wissen, wie du es wird. Wir glauben, in dir, Shay! Shay, Shay, nicht Shay, Shay. Also... Löffel ich... Ich kann nicht warten, um deine Mose wieder zu sein. Ekelhaft. Boah, da kann ich die ganze Eiscreme essen. Was für eine brillante Idee! Schau' ihn an! Oh! So brav! Der wird auch fett! Ah, frittierte Mission Abendessen. Jawoll. Die verarschen mich! Die verarschen mich! Warum verarschen die mich? Oh, ich weiß nicht, wer die pein, defenslösen Kuties würde. Zu den Teleporterraum. Ich weiß nicht, was ich hier noch machen soll. Es ist schrecklich. Ist es der echte Teleporterraum, oder ist es auch wieder nur ein Verarscher? Ich bin an dem Distressed-Vessel-Friendship-Circle. Ah, oh! I found one of the crew. Oh, oh! Find operates. Fake Controls. What a surprise. What happened to you? Der. Was. An. Attack! Von enlıs Vessel? Du. Oder alien Kreatur? Okay. Oder du attackest dir selbst, in a fit of Space madness? Es war a ... Oh Gott, was machen die mit dem Typen? Oh Gott. Okay, also der Mond ist auf jeden Fall ein cooler Typ, ja. Der weiß, was abgeht. Das... Ich weiß noch nicht viel dazu zu sagen. Irgendwie... Boah. Zimtmonde? Äh... Nein. Nein. Nein, das hasse ich, wie die Pest. Nein, ich esse heute nichts. Woher war es die... Warum haben wir so viel zu essen auf dem Raumschiff? Blasterflocken? Blasterflocken... Bäh! Nein! Ich mach nix, ich nehm gar nix. Nix. Der ist ganz cool, aber nein. Mutantenmampf? Auch nicht. Ich will nix essen, lass mich in Ruhe. Nein! Wirklich? Du willst, dass ich dir den Stecker ziehe? Okay, okay, okay. Ich mach sie auf jeden Fall ein bisschen wuschelig. Sieht alles gleich aus, super geil. Der Viva hat heute 0.001 pH im Balance. Kann ich mir noch mehr wholegrain-nutrientpaste vorstellen? Bäh! Nährstoff passt deswegen 0,001? Welche Mission sollten wir weitergehen, Sweetie? Ach, fuck. Wir halten erstmal den führerlosen Zugang. Wenn, dann müssen wir auch mal alle... ...alle Sachen sehen. Aber die ist ja überfürsorglich, die Frau da. Ich weiß gar nix zu sagen, das ist einfach nur... Verarsche! Die verarscht den! Jeder Hausarztgegen ist dann, warum können die alle reden, voll nicht? Hilfe! Der Train wird nicht stoppen! Das ist doch so großartig! Wir werden über die Kampagne fallen. Oh nein! Der Train wird nicht stoppen! Ah! Das ist der sinnvolle Moment, was zu uns passiert! Besonders, weil er so vermindbar ist! Wenn, wenn wenn jemand helfen kann, wenn das so vermeidbar scheint! Nur, dass wir... ...wag auf den Trainern! Aber wie würde ich das immer tun? Wag auf, Trainern! Wir sind gebt! Wir sind gebt! Wir sind gebt! Wirklich! Ach, ich kann da bestimmt... ...ich kann da bestimmte Dinge, glaube ich, verunstalten. Dankeschön, Patero! Wir bieten uns mit! Danke! Du bist richtig! Absolut nicht! Awww! Ich will ja nicht hier, Mann. Macaroni mit Käse, Nährstoffpaste. Lecker. Was? Jeden Tag dasselbe? Ich glaube, da konnten wir hochgehen. Da können wir bestimmt dieser Scheiße entkommen. Ich lass mir das nicht mehr gefallen. Wer bin ich denn hier? Ich bin doch nicht hier der Weltraum-Aso da von denen. Nimm mal den Schal ab da. Ich gehe da nicht mehr hoch. Ich gehe hoch. Scheiße. Ich hänge an diesem Ding fest. Okay, fuck, ich kann hier nichts machen. Aus diesem Trott komme ich wohl nicht hier, an dieser Stelle. Okay, also er kann nicht weg. Der Löffel bringt mir nichts und der Grab und Gary... Geben zurück. Das ist verrückt. Okay. Aber jetzt habe ich doch Platz nach oben. Oh, okay, also das hilft nichts. Die hält mich also sozusagen fest. Also macht das Weltraum-Abenteuer überhaupt keinen Sinn. Okay, das hilft nicht. Schwerkraft-Hackbällchen. Oh, die hängen bestimmt schwer im Magen, ey. Scheiße, ich muss aus diesem Trott hier raus. Welche Mission müssen wir weitergehen, Sweetie? Hier geht es wieder. Die Lawine hat mir auch nichts gebracht. Aber... Die, 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 die Schmusehöhle, das war ja ein wirklicher Teleporter-Raum, meine ich. Sonst hätte ich auch die Looping nehmen können. Vielleicht wäre das was anderes gewesen. Vielleicht kann ich hier andere Dinge noch aktivieren. Mein Grab und Gary. Hier ist alles kaputt gemacht worden, guck mal. Gary magst, Grab und Kontrollen, aber nicht falsche. Falsche Kontrollen. Was eine Überraschung. Okay. Das ist alles... Alles also für einen Arsch. Okay, das heißt, hier haben wir auch keine Chance, irgendwie rauszukommen. Okay. Das hat mir auch nicht geholfen. Ich komme nicht raus aus dem Trott. Ich komme nicht raus aus dem Trott. Schrecklich. Ja, kannst du nur ins Bett gehen. Jetzt fangen wir dich an, wie du die Szene... Ich habe super viele Leben gerettet. Ja, das ist so, wie ich fühle, als ich deiner Agenda war. Der Mond weiß ja irgendwie Bescheid. Aber warum... Er fällt immer noch ins Bett und wird dann eingeschläfert, oder was? Die Mom ist echt fix. Da kann ich nicht herkommen. Jockerockets? Ah, ich... Egal, was ich hier sage, ne? Naja, gut. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge... ...von Broken Age... Gucken wir uns mal an, wie wir diesem Trott entkommen können. Das ist ja erschrecklich. Der junge Mann ist ja... Ich meine, der ist ja viel zu alt für den Scheiß und... Er hat wahrscheinlich... Er ist ja auf dem richtigen Raumschiff, so wie ich das sehen kann. Und... Irgendwas ist hier im Busch. Weil wie kann man einen fast erwachsenen Mann... ...mit so Kinderspielchen da abspeisen und irgendwie immer nur... ...den selben Scheiß vorwerfen, der nicht mal real ist. Und es gibt bestimmt richtige Probleme da draußen. Weil anscheinend im Hintergrund... Wir fliegen ja auch, das Raumschiff. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, wenn euch das gefallen hat... ...und ihr genauso fragt... ...genauso viele Fragezeichen habt wie ich... ...dann schaltet auch beim nächsten Mal wieder rein. Dann schauen wir mal, wie wir das ändern können. Wenn euch das gefallen hat, dann... ...lasst ein Däumchen da oder abonniert. Dann müsst ihr mal in den nächsten Folgen rauskommen. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.